Vielen Dank! Ich glaube wir sind hier gerade auf der Flow Country, die Gabel ist übelst geil und die Strecke macht echt Spass. Hey, hey, hey! Alter, Franz lässt nichts anbrennen. Jetzt kommt der Boot wie ein ordentlicher Fahrer. Langes Stück und es zieht sich. Dann pushen, pushen, pushen und drehten, drehten, drehten. Also jetzt gehst du erstmal ein bisschen hin und her. Schon ein bisschen eng, manchmal. Ja. Ein bisschen typisch. Ja. Aber geil. Ja. Macht richtig Spaß. Richtig flowig. Die Boxer, die toll geil aus mit der Rüge. Ja, ne? Arschlich. Gut. Ja, mach keine. Nein. Ja. Ja, mach echt. Ja. Ja, mach richtig. Ja. 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 Alter! Joguer! Alter! Joguer! 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 Alba! Pump-trick! Alter! M Safety Oh, my God! Stop! Phew! Joguer! Oh, my God! hier wünsche ich mir ein Enduro er fährt einfach weiter wir brauchen ein Sauerstoffzelt du hast mir ein Enduro hinten nicht drauf du merkst doch ich wirst anstrengen du hast dir fit dein Enduro das habe ich auch gesagt du atmest ein bisschen schwer